Die Schüler waren sehr begeistert, das hat ihnen Spaß gemacht. Sie wussten viel, sie hatten vorher viel gelernt und waren natürlich auch begeistert zum Schluss eine Urkunde zu erhalten und das Wetter hat auch noch einigermaßen mitgespielt. Wir sind froh, dass die Kinder noch den Bezug zur Natur haben und dass jetzt auch alle Schulen dahinter stehen und die Kinder eigentlich gut vorbereitet in diese Waldjugendschule gehen. Ich habe zum Beispiel jedes Jahr hier das Infomobil der Jägerschaft, wo alle heimischen Tierarten als Präparate ausgestellt sind und ich war doch in diesem Jahr sehr überrascht, dass so viele Fragen richtig beantwortet wurden und die Kinder auch wirklich viel Wissen über einzelne Tierarten mitgebracht haben. Also ich denke, das macht die Michael-Grundschule schon seit Jahren und die Stadt Papenburg hat das so toll organisiert, diese Waldjugendspiele schließen sich an an eine Unterrichtseinheit zum Thema Wald im Sachunterricht und ich denke einfach, dass das ein ganz toller Abschluss ist, neben der Klassenarbeit dann auch noch mal sein Wissen hier direkt vor Ort einzusetzen. Wir haben verschiedene Stationen. Es werden alle Sinne angesprochen. Die Kinder müssen fühlen. Die Kinder können sehen. Sie müssen hören. Sie müssen schätzen. Und das wird an den verschiedenen Stationen ausprobiert. Wie gesagt, es gibt Tastkästen und so ist es an den unterschiedlichen Stationen jeweils unterschiedlich gegliedert. Dieses Jahr war ich positiv überrascht über das Interesse der Schüler. Das ist jedes Jahr gleich. Und das hat uns dann auch hier am Stand motiviert, als Betreiber des Standes, in Anführungsstrichen als Kaufmannsleute für Klimaschutz, ja, uns noch mal extra auch Mühe zu geben und den Kindern was zu vermitteln. Also, was ist mir besonders aufgefallen, das ist das besondere Interesse, haben wir dieses Jahr besonders festgestellt. Aber das ist das Ganze. Ja, das Ganze wissen. Oder wie gesagt, wie gesagt. Geiss, nein, vier. Du bist, wie gesagt. Du bist. Wir müssen etwas, wie gesagt. Vielen Dank.